So. Achso! Geh doch mal weg! Ja, mein, alles kaputt! Die Idee hat doch geklappt, ich bin gut. Piu, piu, piu! Feuerschmerz! Machst du doch was! da oben ist eine Kiste aber ich glaub ich bin so... AU! Spinner! Ah, die spucht mich an! Scheisspinner! Jetzt hat die hier die dixen Eier von uns, keine Lust mehr auf die doofe Kuh Nein! So ein Chaos hier mit euch! Jetzt könntest du nicht mehr hoch! Tschüss! Tschüss! Nein! So ein Sammlergedicht! Geht vorsichtig weiter! Ich hab Level Up gemacht! Ich hab das Level Up gemacht! Ah ne, dann vorher habe ich weg! Upsala! Dann warten wir noch eins, dann kriegst du entweder anstürmen oder... Ja, wie du willst! Anstürm magisch lieber! Uah! Uah! Moment, Moment! Ui! Ne, da ist nur tot! Da ist der tot! Wo bleibt denn der Vibe jetzt schon wieder? Ne! Eben schon geklappt, dass wir so lange warten müssen und dann macht die wieder zurück! Uah! Schleimy Matschie! Das ist cool! Jum! Da oben war noch was hier! Zurück! Ich bin dabei! Wow! Ach guck mal! Hier muss man... Hier oben gehts lang, ne? Woi! Aber kann man hier mal gucken, was da unten ist? Weil jetzt springen wir gleich... Oh nein! Also Brugger! Guck mal die Pilz sporen, wie lecker das aussieht! Hast du gehört? Was hab ich gehört? Äh, da unten... Ich bin... Oben gehts weiter! Und unten muss man bitte gucken, vielleicht unten nach rechts weiter ist auch noch was! Auf jeden Fall gehts hier oben weiter! Ah! Ah! Okay! Hier oben ist Subatra! Oiii! Oiii! Wie lustig das aussieht! Uuuu! Dann fixieren wir mal den Scheiß! Also nein! Nicht drehen! Nicht drehen! Nicht drehen! Ah! Nein! Stay Blade! Dreh mal, dann komm, dreh mal wenigstens rum! Die hat's geschafft! Tina hat's geschafft! Jaha! Lalalalalalalalalalalala! Na toll! Lalalalalala! Drei auf einem Blatt ist keine gute Idee! Ah, dann spielt Tina nur vom Prügger! Wow! Das ist ein Spaß! Autschen! Verpisch dich Mädchen! Dreh mal! Dreh mal! Dreh mal! Dreh mal! Ich warte, bis Tina drauf geht, so! Okay! Was habt ihr vorher? Warte mal, hä? Warte mal, hä? Warte mal! Warte mal, muss Brugger der Kistenmeister wieder ran hier! Du sagst mal da hoch, meinst du? Ui! Ui! Ich komm doch nicht hoch! Was ich sagst? Brugger der Kistenmeister muss wieder her! Guck, dieser Meister! Hört der mich schmal! Ah! Hä? Was ist denn hier? Ich muss die blöden Pflanzen erstmal loswerden hier! Ja, aber ne Kiste, damit wir überhaupt weiterkommen! Nein, nein, nein! Wuuuh! Wippe! Kacken! Kinderpark hier! Hau, die uns doch mal da rüber mit in der Kiste hin! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du brauchst wieder! Unbalanced rein hier! die balanciert hier alles. Komm in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Nein, 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 nein. Da kommst du nicht hoch. Das ist doch dumm. Warte mal, ist das nochmal jetzt so? Nö, ich bin jetzt traurig, ich bin depressiv. Ich bin mal drauf, bitte. Achtung auf die Füße aufpassen. Ich hab's doch nie anhängen. Links, links gab's doch hoch. Ich mach jetzt Mucke an. Das meinte ich. Ja, ich weiß. Ah, oh nein. Nein. Ich bin so doof. Na, du weißt, dass du, wenn du Escape drückst, kannst du in dem Menü dich auch wieder zum Checkpoint holen, ne? Ja. Ja, aber du hast grad nicht gemacht. Ich kann ja noch warten, vielleicht. Kann ich nicht irgendwo hier so pu-piu-piu-piu? Einer, blalalala! Entschuldigung. Obwohl, ich hab ja eben gesagt, ich werde jetzt vulgäre Wörter benutzen, ne? Weil du böse zu mir warst, Puga. Achso. Ich mach's jetzt ganz einfach. Ne, das wird auch nichts. Jetzt mit der Kiste an. Hau uns doch mit deiner Kistetechnik da rüber. So. Ja, wie denn? Mach's du hoch fliegen lassen, oder? Ja, uns alle hoch und ich mach mit meinem Schild stehen, damit ich die Pflanze weghalte. Mach was du willst. Ich bin da. Ah. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Oh. 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 Oh, diese blöde Plattform verhindert mich jetzt selbst. Ich bin gut, 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 ich bin gut. Ich glaube, du hast... Komm, jetzt musst du wieder auf den Jungen warten. Warte mal. Oh. Oh, 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 oh. Mano. Nein! Oh. Oh. Wollt mich mal hoch zu euch. Ich... Ich... Ja, dann bring dich eben um und am nächsten Checkpoint kannst du wiederkommen. Nein, diese scheiß Pflanze hier. Oh. Diese Spuckpflanze macht mich ganz fertig. Jetzt bleibt so blöde Plattform. Oder so. Ja, nur los. Lass dir... Oh. Ja, ich hab... Ich hab mich gar nicht gesehen, da bin ich schon gestorben. Nee, mach dir nix. Das ist... Die fällt gerade... Nein. Oh, bitte nicht. Ich hab nix gesagt, hoffentlich. Und wenn... Oh. Oh. Hey, ich bin gut. Wieso bist du gut? Was hast du gemacht? Ich bin oben. Du bist ein Checkpoint. Ich bin einfach an dem Ding hochgerannt und dann auf der Kante und hochgestorben. Und abgelandet. Haha. Nein. Ich hab Rock auf LOL. Haha. Kann man ja gar nicht machen. Machen wir beides? Tana. Oh. Oh. Millimeter. Mensch, du! Lass knacken. Äh, nein, äh, Tina, lauf einfach so weit wie du kannst, bitte mal. Weiter. Okay. Dann porten wir uns ja eh zu dich. Ich ausblatt. Okay, du bist tot. Ich bin, äh, tot. Das ist gut. Ah, willst du mich jetzt schämen? Ah, ne! Geil. Warte. Oh, nein, 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 nein. Oh, gut, ey. Die Suchfrau ist, ne? Ruger, kannst du mich eben hochheben, bitte? Nein. Ihr muss hochgehen. Ja, hau mich hoch, bitte. Komm, Digga. So, ich mach eben, dass ihr alle euch portet und dann ist Ruhe. Aua, durch die Kiste. Bleiben wir nicht am Kopf. So, wir stellen sie aber an. Das ist jetzt das schlimmste Rätsel von allen. Okay, ihr müsstet euch jetzt eben momentan teleportieren. Vorsicht, bitte. Juhu. Also, Buga ist schon mal da. Ich steh direkt auf dem Explosiv-Fass, sehr gut. Weil ihm das Fass kaputt, hau das Fass. Ah, okay. Das ist ein bisschen schwer, ne, wenn über mir auch nur einer ist. Aua, aua. Okay, jetzt bin ich auch tot. Äh. Nein. Ich auch. Nein. Nein. Ich mach nochmal das Gleiche. Hau mich wieder hoch und ich mach das. Kann das sein, dass wir so a little bit dumm sind? Ja, alle miteinander. Ruger, magst du mich nochmal hochschieben eben? Nein. Ich mach's selber jetzt. Uah. Ich will auch da hoch. Ach, jetzt krieg ich auch immer. Gut. War da noch eine? Okay. Ich glaub, das schneid ich raus die halbe Stunde, die wir jetzt schildern. Nein, das muss mit rein, das ist peinlich genug. Diese scheiß Pflanze gibt mir auch nen Keks gerade. Jetzt kommt's schon. Damit wir schnell hinter uns haben, ziemlich rüber und gut ist. Okay, warte mal. Macht mal nix. Ich muss auf dieser Plattform irgendwie. Ja. Lalalalalala. Ähm, Tina, wir versuchen dann vorzupushen, bis wir nen Checkpoint haben, ne? Warte, ich komm. Ah, dieser blöde Plattform, bleibt doch. Bleib doch. Was? Warum? Warum? Was du verdient hast. Wo war's denn? Warum nicht denn? Schatzschild. Oh Mann, oh. Ich werd hier nicht. Nein! Oh, die sind... Uga, noch einmal bitte. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ja. No comment. Na. Na. Du bist so dick. Nein, ich hab mich schwere Knochen, hat mein Arzt gesagt. Hahaha. Das ist gelogen. Nein! Ja, du blöde Plattform, jetzt bleib doch mal. 20% auf Wahlen aus der Türnahrung und so. Haha. Die blöden Teile jetzt verschwindet. Ihr teleportiert euch jetzt gleich wieder, Kinder. Ups. Okay. Äh. Ich weiß nicht, wo ich bin. Weil ich mich nicht richtig sehe jetzt. Ach, hier ist immer noch kein Checkpoint. Äh. Hier ist Scheiße unterwegs. Jetzt schießt halt auf Dinger an. So, Checkpoint geschafft. Oha. Hurra. So, jetzt müssen wir Water be Water. Wie komm ich denn da... Hier das... Ups. Oh. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Tina, Tina belebt mich wieder. Warum bist du... So. Warte auf. Ja? Magst du ihn mal runter? Springen dich hier oben festhalten. Hier dran festhalten. Nee, lass mal bitte. Du springst da runter, hältst dich hier oben fest. Dann schminkst du dich da rein. Mhm. Hast du bekommen? Warte. Weil da unten, Bruga, ist so ein Riesen-Dings gewesen. Ah! Watz. Okay, dann bring dich um und bleib da, wo auch immer du bleiben willst. Bruga, heb mich hoch. Ich mach Wasser. Hallo. Sollte nicht immer in die Hosen pipi. Ups. 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 Ah, jetzt muss ich erstmal kämpfen. Na toll, ey. Die Machst du da oben den abkle przedstaw'n... Einer... Äh, ich versuch' gerade. Es läuft Lahm... Kommt es? das passiert jetzt ein blatt für den scheiß warum kann warum glaube ich dass diese riesen steine umdrehen kann ich weiß nicht warum das glaubt ja weil hier ist ein riesen stein und er sieht er kennt dieses auch von von trickfilmserien das irgendetwas immer was so eine tür beispielsweise die sticht voll heraus während des films oder der serie und das bewegliche wird dann irgendwie komisch animiert genau das wird denn neu verstarren los das ist diese kreaturen das ist richtig psychodelisch aus ich kann nicht erwarten es herauszufinden ich bin die festhalten oder hier unten ist eine kiste aber da brauchen wir dich genau wie die platz da guckt da ist eine kiste und da brauchen wir dich für das warum wir haben wie soll ich ein bisschen immer hier sie sterbe oder sogar da muss man hingehen und sterben weil da ist so und so ein ding ist oder ist das allerdings ein rohr was du darauf schieben kannst du das kannst du irgendwie weil man kann ja leider einen schalter betätigen dann kann ich leider nicht so ich schaue mal ob ich das nicht nein natürlich nicht ich überlebe ja lange was mit dem dampf muss man hier machen aber das hau mal gleich links das ding kaputt bitte spring mal runter und hau hier das holzgerüst kaputt hm warte genau hä kann ich das nicht drehen jetzt hallo hi ah komm mal die schoten die wachsen also die reagieren zumindest drauf ah guck mal hier hab den dampf weg ich hab das ding weg gepostet ... ach warte ne komm mal zurück bitte ich kann das doch ah ja ich hier mit dem schalter kann ich loslassen eh ich weiß nachher geht es nicht und dann ist doof oh chiu-chiu chiu-chiu so wir kommen hoch ganz einfach aber die hat er macht Langehenswert wenn es lang genug wäre so erklärt dass da was kommt wenn ich schon mir halt die Lappen schon an die Lagerlacht da geht's gar nicht weiter komm diese ganzen Pilzsporen sieht schon toll aus schön gemacht da oben habe ich schon alles abgegrast wegen den Flaschen warum geht die Kamera nicht weiter hoch das braucht muss es glaube ich weiter ich bin runtergesprungen muss eben gucken nicht dass Frau geschrieben hat und mich ankackt vorne von der Kiste vor lauter Kisten also ich hab ich die Scheiße in der Fresse das ist ganz schön gut dass du das sagst ja ich dachte deine Welt interessiert das nach links nach links warum nach links nach links war ich schon egal da rechts kommen wir aber nicht weiter kann ich dich runter schubsen da müssen wir together arbeiten jetzt kommen wir weiter ich wusste das da hab ich so schlecht jetzt kommen wir ja weiter wow 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 wartet mal bitte ich will auch mal gucken wow das war nicht absichtlich wenn ihr jetzt weiter geht das war so eine Art Kettenreaktion deswegen bin ich eigentlich nur so weit nooo die Plattform sind eigentlich lang genug nein es bleibt doch mal so das letzte mal habe ich das auch gehört deine Plattform ist nicht lang genug nein 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 oh mannau ich will zu euch ach hier madame denkt ihr auf mich schießen Ihr solltet das doch nicht machen. Ich hab das gemacht, damit du da bist. Ja, aber ich will doch sehen, was auf dem Weg dahin kommt. Jetzt zurück, jetzt zurück. Da ist doch nichts mehr jetzt. Doch klar, da oben kommen wir nur nicht rein. Egal. Checkpoint, beliebt schon Checkpoint wieder, Escape, äh, Checkpoint. Ne, da oben ist ein Dings, Bruga, das will ich jetzt haben. Das kriegst du aber nicht. Nee, warte, pass auf. Und deswegen hab ich eben geschrien, hier, deswegen. Hä? Ich bin der Silversurfer. Ich bin nicht fetter Silversurfer. Hey! Wir beide, Fräulein, wir sprechen uns gleich nochmal. Silversurfer. Silversurfer. Oh, Riesentrolle, Leute. Klatschen, klatschen. Wie im wahren Leben, ey. Ich verflügel einfach alles. Finger weg von meinem Magier, ey. Die Wichter. Ich kann mal hier gar nicht die Anstände hochheben. Boah. Ah, hinter mir. Sack. Sack, schifft. Oh, guck mal hier, Madame, denke ich bin Goat. Ich muss helfen. Höhö. 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 Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Äh, da muss ich auch wieder mein Monster schweben verlernen. Ah! Bist du besser? Feuerschwert, ja komm. Nächste Level. Wah, ah, 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 da brechst. Dann muss ich wieder Anlauf haben. Ja, dann muss man, fang mal, dann muss ich wieder was verskillen. Zurücksetzen. Mach ich mal auf jeden Fall das, dann noch das, dann noch das. Macht alles kaputt, ich will nicht mehr mit der spielen. Irgendein bin ich tot. Ja, auch noch, ey. Du brauchst noch mal Hilfe bei Leute. Hey, hilf mir, die greifen mich an. So, du hast dann anstürmt. Und dann Feuerschwelle hast du auch. Wie geht man anstürmt? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wir raten, an wen du es testen wolltest. Ach, aber, da unten, da unten, da unten. Hast du es kaputt auf? Ja, was? Oh, ich hoffe, du stirbst, ich hoffe, du stirbst, stirbst, stirbst. Ich entwickle Hass gegenüber dir. Aber warum? Weil du blöd bist. Das ist aber ganz schön. Du hast mir nicht gesagt, dass ich sterbe. Na. Das finde ich ganz diskriminierend von dir. Nur zu hassen, weil ich ein bisschen glöd bin. Ja, das. Ich weiß nicht nur, weil ich schön bin. Ich will nie. Ist das in Speed 2, oder was? Ich will nicht sterben, ich bin schön. Als will ich nicht sterben, ich bin schön. Uga, langsam müsstest du uns kennen, dass ich zu dir nicht so nett bin. Warum komm ich da nicht weiter hoch, Mensch? Ach jetzt, die blöde Kamera. Aber das will sie nicht. Da oben war doch noch was. Ne, scheinbar nicht. Tina, willst du mal mein Leuchteschwert anfassen? Das ist aber einfach so ein Schätzlein. Ah! Ey, wie ruhig drauf! Ich bin tot, ey! Tina, da war ein Checkpoint! Hä, was? Wo war ein Checkpoint? Da ist ein Checkpoint! Da rechts! Da! Und was ist das dahinter? Da! Ich schack! Sei mal nicht zu mir! Nein, du bist ganz blöde! Du kapierst nichts! Du verstehst! Nicht auf die Plattform! Weg, 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 weg! Weil du Mutter hat! Alter! Das war ich nicht! Das war das Fein! Weg jetzt! Der Wasserträger kommt! Oh, nicht anstatt... Vorsicht, Vorsicht! Das Wasser ist weg! Das Wasser ist verdammt! Aber... Ich kann da auch nicht! Vorsicht, Vorsicht! Weg, weg! Kommt ein Tropfen Wasser! Ah! Mühe an meine Hände, das reicht eigentlich! Das muss doch noch anders gehen hier, Kinder! So geht's! Guck mal hier, Buga! Guck mal hier! Was hältst du davon? Hä? Achso! Zieh mal, genau! Ne, jetzt nicht ziehen, das ist so ein Fallklappen-Ding! Komm, ein bisschen Wasser! Das hat sich gereicht, nochmal! Komm, jetzt kommt die große Planung! Der hat dicke Ding raus! Boah! Das kennt der Jungen nicht! Nein! Ich sehe mich nicht! Nein! Ich sehe mich nur noch! Hau mal die Blatt vom kaputt bitte! Ja genau! Ah, das fand ich ganz gut! Nein! Nein! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das!